Fritz? Tatsache, Friedrich Grundmann. Du hast dich kaum verändert. Liebe Frau Benger, Als ich von diesem Ort erfuhr, wusste ich sofort, dass ich Sie wiedersehen muss. Sie müssen nämlich wissen, dass Sie mich nicht nur als Lehrerin, sondern auch als Mensch, als Frau, um genau zu sein, Fritz, tief geprägt haben. Die Flächenberechnung von Dreiecken, die Kurvendiskussion mit Wendepunkt, Höhepunkt, die Wahrscheinlichkeit mit Glockenkurven, die gleichschränkigen Dreiecke... Fritz, bitte. Du bist nicht der Erste. Daniel war schon da. Richard. Max. Marshmallow Max? Genau der. Vergiss es. Frau Pengers, Sie haben mein Herz durchbohrt. Ihr durchbohrt meine Nerven. Ich will doch nur zu dir. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Mist, ja. Mist!